Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, mein Name ist Joko Winterscheidt, aber ich fühle mich ein bisschen wie Florian Silbereisen, weil ich weiß nicht, ob Sie es alle mitbekommen haben, aber in den letzten Wochen und Tagen hat es sich zugetragen, dass dieser junge Mann mich doch, ich möchte sagen, kopiert. Es ist schon eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden, oder? Also man muss schon sagen, dass das nicht mehr lustig ist. Und das Schöne ist, dass Florian Silbereisen sich angekündigt hat, in Berlin, zur Autogrammstunde in einem Möbelhaus. Und ja, was soll ich sagen, wenn Florian Silbereisen gewünscht ist, dann kommt Florian Silbereisen natürlich auch. Hey Freunde, ja, hey, hallo! Hey, ich bin's, der Florian! Freunde, Mensch, hallo! Hey! Das linksherland ist ganz wichtig. Ich bin's, ich bin's, Florian Silbereisen, Autogrammstunde im Möbelhaus. Freunde, los geht's! Das Lustige ist, dass der jetzt gerade genau wie ich irgendwo durch die Stadt fährt, ne? Richtung Möbelhaus. Eins zu eins, die gleiche Situation. Für ein bisschen wirklich, ne? Man trifft ja nicht jeden Tag solche Stars. Ich glaube, wenn er wüsste, dass ich heute da bin, dann wäre er auch aufgeregt. So, wenn mich irgendeiner vorlabert, ne? Ich verweise dann einfach an die. Hallo, hallo! Servus! Wie geht's? Geht's gut? Ja, läuft's? Hallo, ich bin Florian. Ja, Silbereisen ist da. Haben wir alle lange genug gewartet, gell? Hallo! Kommen Sie bitte mit mir. Herzlich willkommen hier, ne? Bei meiner Autogrammstunde im Möbelhaus. Hallo, na? Moit's hier. Ja. Wie geht's hier? Gut. Ja, alles gut? Ja, alles gut. Ja? Ich bin ein fescher Typ, gell? Ja. Grüß dich! Hallo! Ja, wie heißt's denn? Traudl. Traudl, wie willst du? Ja! Ja, wir wollen mal ganz kurz hier. Kommt das in der Berliner Abendschau heute? Das kommt in der Abendschau. Sicher, Traudl. Du, ich. Ich geb dir auch noch meine Zimmernummer, dann wollen wir auch noch die Beziehung haben. Guck mal her. Traudl. Ich mich hoch. Läuft super. Ich hätte gerne zwei Autogramm. Ja, mit Herzchen. Ganz herzlichen. Du hast ja alles im Blick, ne? Nicht, dass hier was passiert? Die Leute, die drängen ja hier geradezu. Das ist ja, hier ist ja der Teufel los. Servus. Wer ist Florian? Bitte? Wer ist nicht Florian? Wer ist nicht Florian? Du. Zeig mal deinen Ausweis. Wer ist der echte Florian Silbereisen? Der jetzt kommt. Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Vielen Dank. Glauben Sie dem Mann kein Wort. Das ist ein Aufschneider. So, jetzt übernehme ich Joko. Los jetzt. Wir müssen jetzt ein bisschen arbeiten. Nein, ihr seid an den Betrüger aufgesessen. Wer ist das Original? Hey! Hey! Ist ja schon länger da. Ach so. Ach so. Also, legen wir los. Herr Winterzeit. Joko Winterzeit von ZDF Neo, meine sehr verehrten Damen. Applaus. Ja, ja. Wunderbar. Vielen Dank Joko. Das läuft hervorragend. Ich hätte gerne ein Autogramm. Ja, verehrte Damen und Herren. Florian Silbereisen moderiert nicht nur zahlreiche Sendungen, sondern er ist auch ein Multitalent. Hör doch auf. Er spielt zahlreiche Instrumente. Ich weiß. Ich weiß. Akkordeon, Trompete. Nee, Trompete. Nee, Trompete. Das will ich nicht. Ähnlich. Ich muss sagen, an der Stelle haben wir jetzt schon gemerkt, dass Sie nicht der Echte sind und auch lange nicht so gelaufen haben. Ja, das glauben Sie. Ich will Ihnen an dieser Stelle hier einen netten Auftritt. Ja, ist das jetzt der Rausschmiss? Genau. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin dann raus. Ich gehe dann. Mein Flieger wartet. Nach wie vor eine Frechheit wie hier. Ein Aufschneider ist das. Ich bin fertig mit Ihnen hier. Ich komme nie wieder nach Berlin. Unfassbar. Lass mich. Wo ist mein Auto? Ihr seid alle Amateure hier. Da kommt so ein, da kriege ich die Krise.